Wir sind nur noch wenige Tage entfernt vom German Viking und wie es das Schicksal so will, hat mich jetzt noch auf die letzten paar Meter eine kleine Krankheit ereilt. Dementsprechend wird es auch kein neues Trainingsvideo mehr geben, denn es gibt schlicht und ergreifend nichts mehr, das ich euch zeigen kann. Aber ich hatte ja versprochen, dass noch ein Video mit Prognosen kommt und ihr wisst ja, ein Mann, ein Wort. Auch wenn das jetzt vielleicht unter Umständen bedeutet, dass ich meine Genesung noch weiter nach hinten verschiebe, weil ich jetzt meine Stimmbänder etwas überstrapaziere. Aber sei es drum, wir haben einen sehr spannenden Wettkampf vor uns. Es ist auch eine Qualifikation für den World's Strongest Viking von der Strongman Champions League. Da wird zumindest mal der erste Platz dazu eingeladen und ich finde auch das Line-Up bei diesem Wettkampf wirklich sehr, sehr spannend. Das verteilt sich nämlich einigermaßen gleichmäßig auf alle drei Ligen, die wir im deutschen Strongman Sport haben. Und die Athleten, die werden insgesamt fünf Disziplinen absolvieren müssen. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, ich bin ja bei meinen Prognosen immer so wissenschaftlich wie möglich unterwegs. Ich schaue mir dann Wettkampfergebnisse an und versuche dann in so einer Tabelle so ein bisschen einzuordnen, wie dann das letztendliche Ergebnis ausgehen könnte. Und jetzt in diesem Fall mit, ich glaube, 32 Athleten. Ich habe einen ganzen Arbeitstag oder mehr einfach nur die GFSA-Archive durchgewühlt, habe mir Ergebnisse aufgeschrieben in Wettkämpfen, in einzelnen Disziplinen. Und ich bin leider trotzdem nicht sonderlich viel schlauer geworden bei der ganzen Sache. Denn so Sachen wie der Shipmast Carry, wer macht denn sowas schon mal? Das ist ein Debüt im Strongman Sport. Oder auch der Front Hold, der kommt nur ganz selten dran. Oder auch der Hochwurf, das sieht man auf dem niedrigeren Niveau fast nie. Und dementsprechend, ich würde euch gerne wie immer meine Top 3 viel Disziplin geben. Aber davon muss ich jetzt bei diesem Wettkampf ablassen, denn das ist einfach nicht machbar. Also dafür habe ich jetzt zu wenig Anhaltspunkte. Aber es wird eine Top 5 am Ende geben, wie immer. Also gehen wir doch mal die Athletenliste durch. Die wurde mir sogar schon vor ein paar Wochen zugeschickt, netterweise vom Martin. Aber mittlerweile ist sie auch öffentlich einsehbar. Die hat der Dennis mal gepostet in seiner Story. Und wir fangen an mit Adam Lenk. Von dem habe ich bis jetzt noch nicht übermäßig viel gesehen. In der 3. Liga, da relativ am unteren Ende bewegt er sich. Weiter geht es mit Alex Zahn. Das ist ein Athlet, der ist letztes Jahr aufgestiegen in die 1. Liga, in die Pro League. War immer sehr konstant oben mit dabei. Bei den Deutschlandclubs fast immer unter den Top 3 zu finden. Alexander Neumeyer ist ein Athlet aus der 3. Liga. Der ist auch da in der Regel so im oberen Mittelfeld zu finden. Amon Grunhardt ist Zweitligist. Andreas Stäuble ist aus der 3. Liga. Christian Jahnke ist der aktuell drittstärkste Mann bei den Masters in Deutschland. Dennis Schäfer, genau wie Alex, ist ein Athlet, der letztes Jahr in die 1. Liga aufgestiegen ist. Auch ein ziemlich konstanter Performer. Weiter geht es mit meiner Wenigkeit, Enrico Marx. Ich war letztes Jahr nicht sonderlich aktiv. Habe da im Prinzip nur die deutsche Meisterschaft unräumtlich mitgemacht. Da wurde ich letzter. Und Static Monsters in meiner Gewichtsklasse unter 80. Da wurde ich in dem Sinne auch letzter. Also Zweiter von 2. Weiter geht es mit Fabian Baum. Das ist ein durchaus solider Drittliga-Athlet. Dann haben wir noch Jakob Huber. Der ist letztes Jahr aufgestiegen in die 2. Liga. Johannes Lierfeld ist ein Athlet. Zu dem habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Also entweder ist er ein Newcomer oder er hat die Saison 2023 ausgesetzt. Julian Mattersteig ist, soweit ich weiß, 2022 in die 1. Liga aufgestiegen. Das ist ein absolut bockstarker Athlet. Vor allem statisch eine absolute Naturgewalt. Dann haben wir natürlich noch Keamo Schulteis. Unseren Big Mo. Der ja mittlerweile auch YouTube macht. Wenn ich dran denke, verlinke ich ihn euch hier oben. ist in der 2. Liga, soweit ich weiß, hat 2022 einen Drittliga-Wettkampf gewonnen. Dann haben wir natürlich noch Leonard Zimmermann. Unseren Manni. Genau wie Alex und Dennis. Einer der Leute, die immer konstant bei den 2. Liga-Wettkämpfen dabei waren. Und dann in die Pro League aufgestiegen ist letztes Jahr. Und natürlich noch ein Mann, der keinerlei Vorstellung bedarf. Der dreifach stärkste Mann Deutschlands, Dennis Kohlrus. Weiter geht es mit Martin Schulz. Einen der Co-Organisatoren des German Viking. Martin Stadler ist Drittliga-Athlet, genauso wie Maximilian Mühl. Der andere Maximilian im Wettkampf, nämlich Maxi Peef, der ist hingegen schon in die 2. Liga aufgestiegen. Melvin Jedermann ist ein solider Drittliga-Athlet. Moritz Marder hat es letztes Jahr sogar in die 2. Liga geschafft und ist vor allem bekannt als einer der besten Kreuzheber in ganz Deutschland. Niklas Borchert hat einen dieser Beginner-Wettkämpfe gewonnen. Dementsprechend reden wir bei ihm so über solides Drittliga-Niveau. Oliver Leonetti ist ein Athlet aus der 2. Liga. Der ist vor allem bekannt für seine Fähigkeiten beim Hochwurf. Patrick Ile ist ein starker Athlet. Er hat sich zum Beispiel beim Bolzplatz 2023 im Mittelfeld platzieren können. Patrick Ufen ist ein noch relativ neuer Athlet im Strongman-Sport. Ich bin letztes Jahr bei Static Monsters gegen ihn angetreten. Er hat auf jeden Fall Potenzial, aber es fehlt ihm halt noch so ein bisschen an Erfahrung. Philipp Zorn ist einer der wahrscheinlich aktuell stärksten Männer Deutschlands. Auch aufgestiegen in die 1. Liga letztes Jahr. Hat sogar ein paar dieser 2. Liga-Wettkämpfe gewonnen. Also auf jeden Fall ein Athlet, auf den man achten sollte. Robin Niklas ist der aktuell 5 stärkste Mann Deutschlands in der Gewichtsklasse unter 90 kg. Dann haben wir noch Steffen Stößel, Thomas Schmidt und Timo Soltis, alle aus der 3. Liga. Der vorletzte Athlet ist Volker Bauer, ehemaliger stärkster Mann Deutschlands unter 105 kg. Und den Abschluss bildet Yannick Enzle aus der 2. Liga. Also ein interessantes Line-Up auf jeden Fall. Vielleicht nicht unbedingt das stärkste in der Tiefe. Aber wer weiß, vielleicht überraschen uns ja noch ein paar Athleten, die wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Das kann ja immer mal passieren bei diesen Wettkämpfen, wo dieses Liga-System so ein bisschen aufgebrochen wird. So, also reden wir über die Disziplin. Und die genaue Reihenfolge weiß ich auch nicht und spielt jetzt auch keine riesige Rolle. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir reden über das Don't Press Medley. Da haben wir eine Reihe von Natursteinen, so Flusskiesel, die müssen nacheinander über Kopf gedrückt werden. Und dieses Medley, das fängt bei 60 kg an und endet bei 120 kg. Und um ehrlich zu sein, ich sehe hier nicht, dass ein Weg an Dennis Kohlrus vorbeiführt, was den Disziplinsieg angeht. Er hat quasi alle Überkopf-Rekorde in Deutschland, außer vielleicht die Axel. Hat sich natürlich etabliert jetzt auch als der beste deutsche Überkopf-Drücker seit vielen Jahren. Und ich, ehrlich gesagt, ich denke, er schafft den 120er, aber alle anderen, hm, also, das ist schon eine Hausnummer. Also ein 120er-Stein ist per se natürlich schon mal richtig schwer. Aber da spielt natürlich noch Vorermüdung rein von den 4-5 Steinen, die man vorher schon bewältigen musste. Und man hat natürlich da auch so ein bisschen Zeitdruck bei der ganzen Sache. Also ich denke, wenn da jemand an ihn rankommt, dann sind das wahrscheinlich so Leute wie Julian Mattersteig, der stark über Kopf ist. Oder vielleicht jemand, der sehr erfahren ist, wie Volker oder Manni oder Philipp Zorn. Das sind alles gute Überkopf-Drücker. Aber wie gesagt, eine genaue Top 3 hier, die bleibe ich euch diesmal schuldig. Aber ich werde euch natürlich so ein bisschen einen Ausblick geben, was man da so erwarten kann von den Leuten. Dann haben wir natürlich noch einen Sigma-Song-Deadlift. So ziemlich der höchste Deadlift, den ihr je sehen werdet von der Startposition her. Fängt bei den meisten Leuten über dem Knie an, außer wenn man sehr, sehr groß ist. Und ja, da werden absurde Lasten bewegt werden. Ich denke, für die Top-Jungen ist absolut 500 Kilo im Bereich des Machbaren, vielleicht sogar Richtung 600 Kilo schon. Also da wird Dennis und seine Crew, die werden einiges an Kinoscheiben mitnehmen müssen. Und ja, also was die Favoriten angeht, ich meine, klar, Dennis ist jetzt vielleicht keiner der stärksten 3 oder 4 Kreuzheber Deutschlands. Aber die Jungs, die ihn schlagen können, wie ein Sebo Kraus oder ein Jonathan Wulfert, die sind ja hier nicht dabei. Also ich denke, auch hier wird Dennis auf jeden Fall um die Spitzenposition kämpfen, wenn nicht sogar den ersten Platz machen. Und ansonsten reden wir da über Leute wie Philipp Zorn, Alex Zahn, sehr nah beieinander, was ihre Fähigkeiten beim Kreuzheben angeht. Volker Bauer, starker Kreuzheber. Moritz Marder, starker Kreuzheber. Ich denke, das sind so diese 5, 6 Leute, die wir da an der Spitze sehen werden. Dann haben wir natürlich noch einen Hochwurf mit dem Thor's Hammer. Und kurz bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, hatte ich mir noch eine Instagram-Story von Dennis angesehen. Da hat er das Gestell gezeigt, wo man das drüberwerfen muss. Das sieht doch alles sehr cool aus. Und er hat gesagt, dass die Mindesthöhe bei 3,50 Meter liegen soll. Ich hoffe wirklich innerlich, dass das ein Versprecher war und er 2,50 Meter gemeint hat. Denn ansonsten bin ich und wahrscheinlich die Hälfte des ganzen Teilnehmerfelds, wir stecken da in starken Schwierigkeiten. Denn so ein 32-Kilo-Hammer, das ist absurd schwer. Also das ist wahrscheinlich dann für die obere Hälfte, die Zweitliga-Jungs und so, die können da bestimmt realistischerweise drüber kommen. Aber der Rest von uns, also ich hoffe, er hat sich versprochen. Oder er denkt zumindest nochmal drüber nach, was diese Starthöhe angeht. Ja, und was die Favoriten angeht, also ganz klar auch hier Dennis. Ich weiß, es wird langsam ein bisschen langweilig, immer Dennis zu nennen, aber es ist halt einfach so. Der hat den Hochwurf gewonnen beim stärksten Mann Deutschlands letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft mit der Serie von Sandsäcken, die über die Stange geworfen werden mussten. Ja, einer der besten Hochwerfer Deutschlands, wahrscheinlich sogar der Beste. Ansonsten reden wir da über Leute wie Oliver Leonetti mit seinem Hintergrund aus den Highland Games. Der ist natürlich technisch sehr versiert, was solche Sachen angeht. Philipp Zorn, gut im Werfen. Ich denke auch so jemand wie Manni, der dürfte hier gut abschneiden. Also ja, ich denke, das wird eine coole Angelegenheit. Wahrscheinlich kommt wieder so bei 4,50 Meter oder sowas in der Größenordnung raus für die Top-Jungs. Und natürlich müssen wir noch über die Disziplin reden, die absolut niemand einschätzen kann. Also wie gesagt, so Überkopfkraft oder so oder Kraft beim Kreuzheben, das kann man alles so ein bisschen rekonstruieren. Kommt ja in quasi jedem Wettkampf dran. Aber sowas wie dieser Shipmast-Carry, das weiß dann niemand, wie das ausgehen wird. Also man muss diesen Mast, beziehungsweise man kann es sich aussuchen, wurde mir gesagt, ob man diesen Mast vom Boden aufnehmen kann. Das ist so ein Baumstamm. Da muss man ihn sich auf die Schulter legen und damit so oft wie es geht um so ein Feuer rumrennen. Alternativ für die nicht ganz so starken Athleten wie mich. Wir holen uns dann dieses Ding von so Ablagen runter, also dass es dann direkt auf der Schulter liegt und dass man damit laufen kann. In dieser Teil des Aufnehmens, so ein bisschen wie so ein Fingles Finger oder wie so ein Norse Hammer, wenn ihr den noch kennt vom World's Strongest Man. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Teil an der ganzen Sache. Ja, also keine Ahnung, was da dann das Ergebnis sein wird. Wird wohl gemessen wie beim Conan's Wheel in Grad. 140 Kilo soll dieses Ding wiegen. Ist wahrscheinlich für die Top-Jungs, wenn sie es mal auf der Schulter haben, gar nicht mal so schwer. Also ich denke schon, dass wir da eine ganze Reihe von Umrundungen um dieses Feuer sehen werden. Ja, aber wie gesagt, kann ich nicht einschätzen. So in der Theorie sollte man denken, man muss ein guter Kniebeuger sein dafür. Es hilft wahrscheinlich, wenn man sowas wie Joke schon ein paar Mal gemacht hat, auch wenn es ja über die Schulter diagonal geht und nicht längs wie bei einem Joke. Ansonsten halt ein starker Rumpf, damit man das alles stabilisieren kann und so weiter und so fort. Und realistischerweise Dennis, vielleicht so jemand wie Manni, Volker, Philipp Zorn, starke Mutterkörper, Alex Zahn. Ja, solche Leute, ich denke, da reden wir da drüber. Und dann die letzte Disziplin, das ist der Gungnir Speer, der Front Hold, entweder mit zwei Armen oder einem Arm. Und ich habe es ja schon anklingen lassen in meinem Vorbereitungsvideo, meinem letzten Video. Ich finde 14 Kilo als Gewicht relativ leicht für einen Front Hold auf dem Niveau. Das hätte ich jetzt mehr so bei einem Drittliga-Wettkampf oder Beginner Cup erwartet. Ich meine natürlich, man kann den einarmig halten, aber das ist ja für die Top-Jungs wie Dennis trotzdem kein Ding. Also ich denke, eine Minute, Minute anderthalb, zwei, wer weiß. Also ich bin sehr gespannt, was die Jungs da schaffen werden. Ja, ich meine, Schulterkraft ist natürlich ein wichtiger Faktor bei einem Front Hold, aber es ist jetzt bei weitem nicht der einzige Faktor. Also wenn wir zum Beispiel uns anschauen, als der World's Strongest Man das letzte Mal einen Front Hold hatte, das war in den Gruppen 2021, da hat zum Beispiel Mark Felix wirklich gut abgeschnitten bei diesem Front Hold, obwohl er wahrscheinlich die schwächsten Schultern hatte von allen Teilnehmern beim World's Strongest Man. Front Hold, das ist wirklich so eine Disziplin, da muss man ein bisschen beißen können. Das ist so eine Disziplin, da macht halt der Körper, was der Geist von ihm verlangt. Und ich denke, dass so ein paar im positiven Sinne verrückte Leute, wie zum Beispiel Manni oder Volker, dass die da gut abschneiden können oder halt auch jemand wie zum Beispiel Julian Mattersteig. Ja, wie gesagt, sehr, sehr starke Schultern. Dennis, natürlich der Favorit für quasi jede Disziplin, die werden da oben mitspielen, denke ich. Wobei man auch sagen muss, dass bei einem Front Hold durchaus Überraschungen passieren können, mit einer Regelmäßigkeit, wie man sie jetzt zum Beispiel beim Deadlift oder so nicht finden würde. Also ich könnte mir durchaus plausibel vorstellen, dass da jetzt ein Athlet, vielleicht einer aus dem Zweitliga-Bereich, aus dem Drittliga-Bereich, dass der einfach so ein richtiges Talent hat für den Front Hold und dann auf einmal die Top-Jungs da ärgert ganz vorne. Also man darf auf jeden Fall gespannt sein. Genau, und das werden die Disziplinen sein. Und jetzt kommen wir natürlich wie immer zur Top 5. Und ich habe mir da zu diesem Zweck tatsächlich eine Tabelle angefertigt, mit allen Teilnehmern, mit allen Disziplinen, alle Platzierungen durchdekliniert. Natürlich ist da so ein bisschen Raterei mit dem Spiel, gerade bei so Sachen wie dem Front Hold oder dem Ship Mast Carry. Aber ich bin dann tatsächlich mit meiner mathematischen Vorgehensweise bei einem Ergebnis rausgekommen, das ich so schlecht eigentlich gar nicht finde. Also das scheint mir durchaus relativ plausibel. Und dieses Ergebnis, das werde ich euch jetzt vortragen. Auf dem 5. Platz ist bei meiner Methode Julian Mattersteig rausgekommen, auf dem 4. Platz Volker Bauer und auf dem 3. Platz Alex Zahn. Alle relativ nah beieinander, punktemäßig. Und dann auf dem 2. Platz hatte ich Philipp Zorn. Und auch das scheint mir noch relativ sinnvoll, denn wir wissen ja, wenn ihm keine Fehler unterlaufen, ist er auf jeden Fall einer der Top-Athleten in ganz Deutschland mittlerweile. Und auf dem 1. Platz natürlich in einer ziemlich, nennen wir es mal, dominanten Position, hatte ich dann Dennis Kouros. Es ist absolut vorstellbar, dass er hier jede einzelne Disziplin gewinnt. Dennis ist da quasi nochmal so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Und wie gesagt, ich sehe einfach nicht, wo jetzt hier bei diesem Wettkampf die Schwäche für ihn liegen soll. Natürlich bei den unbekannteren Disziplinen, da kann es immer mal sein, dass da eine Überraschung passiert oder so. Aber ich meine, Dennis hat wahrscheinlich das meiste Training mit dem Equipment gemacht von allen Teilnehmern. Insofern kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass er hier irgendwo großartig Punkte liegen lässt. Und übrigens, falls jetzt jemand fragt, wo ist Manni? Manni ist auf dem 6. Platz rausgekommen, einfach aus dem Grund, weil ihn der Deadlift wahrscheinlich ein paar Punkte kosten wird. Das ist natürlich so eine alte Leier bei Manni. Ist super in vielen Sachen, aber der Deadlift, der kostet ihn immer so ein bisschen. Also ist so ein bisschen wie der deutsche Mateusz Kieliszkowski. Und das waren meine Prognosen für den German Viking. Übrigens, wenn ihr noch wissen wollt, wie ich mich selbst einschätze, kann ich euch Folgendes sagen. Also ich persönlich rechne mit einem letzten Platz beim Front Hold und beim Ship Mast Carry. Und ich denke, beim Stonecrest Medley wird es wahrscheinlich auch ein Kampf um die letzten Plätze. Wo ich mich ein bisschen weiter vorne sehe, ist beim Sigma Sound Deadlift und in der Theorie auch beim Hochwurf, wobei ich sagen muss, wenn sie den Hochwurf wirklich mit einer Mindesthöhe von 3,50 Meter anfangen, dann wie gesagt, dann gibt das eine Nullnummer. Wie auch bei absolut vielen Athleten. Also insgesamt wird es wahrscheinlich ein Kampf darum, nicht letzter zu werden. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte meines Lebens. Und ich bin mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht trotzdem alles gebe beim Wettkampf. Und ich hoffe, dass ich bis dahin wieder so ein bisschen auskuriert bin. Wir sehen uns hoffentlich vor Ort. 24.02.2024, Oelsberg, Maifeuerplatz. Seid dabei!